Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Displays-Tropico 5 in der Kampagne. Ja, sind wir immer noch. Und was bauen wir hier? Ein Flughafen, genau. Sehr, sehr wichtig für unsere Touristen, wo wir brauchen. Wir brauchen Geld. Geld ist ein ganz großer Faktor. Wir brauchen noch ein Landgasthaus, das haben wir doch aber... Ja, haben wir schon in Auftrag gegeben? Genau, so war das. Ich gebe zu, liebe Zuhörer, ich mag keine beengten Räume. Und ich kann zwar nicht sagen, dass diese neuen Wohnsilos der Regierung besonders schlecht sind, aber als eine Freundin von mir Zwiebeln fürs Abendessen schälte, mussten ihre Nachbarn weinen. Ja, so dumm gelaufen. Naja, gut, ich hoffe nicht, dass diese schlecht sind hier unsere Apartments-Häuser, aber okay. Mr. President, haben Sie diese Adrie... Drei Kabarets, natürlich. Wir haben nur leider gerade kein Geld dafür. Wir haben nur noch 122 Monate und noch so viele Touristen, wo wir brauchen. Das ist doch Bullshit. Hoffentlich bekommen wir irgendwie noch einen Aufschub oder so. Brauchen wir hier noch ein Kabarett hin. Hier irgendwie sieht es nicht aus. Komm, bau das mal schneller. Das ist ja nicht zu teuer. Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeiten immer wieder. Ja, kostenloses Unterhaltungsgebäude finde ich gut. Und dann können wir gleich noch ein Kabarett bauen. Wo haben wir hier eins? Bauen wir uns einfach mal hier hin. Ne, da steht es ja. Moment. Dann bauen wir es hier unten hin. So, und dann noch eins. Nachtclub. Neuzeit. Aber ein Museum können wir doch hier oben ganz gut zu unseren Touristen hinbauen. Nein, das passt hier nicht hin. Wie gemein. Das ist gemein, Leute. Bauen wir es hier hin. So, zack. Da ist es gebaut. Oder wird es gebaut zumindest. So, ich muss mich wieder an die Kamera gewöhnen. Ich habe gerade City Skylines aufgenommen jetzt. Tropico. Jetzt muss ich mich hier wieder an die Steuerung gewöhnen. Etwas, ne. So. Ups. Upsi. Ich sag's ja. So. Gut. Das müsste alles früher oder später laufen. Öl haben wir da gebaut. Na, irgendwo. Ja, hier. Das müsste ja... Ausgang. Müsste ja... Abgeholt werden, früher oder später. Zumindest wäre das wünschenswert. Aber wir kriegen einfach nicht genug Touristen hier rein. Was soll denn das? Das ist... Präsident, auf einer ausgelassenen CIA-Feier habe ich herausgefunden, dass die USA einen ihrer Agenten auf unserer Insel stationiert haben. Na, ich hole mal das. Sensibilitätstraining und besser biologisch. Das kostet uns der Spaß bestimmt wieder einen Haufen, ne. So. Wo ist es denn? Ähm. Müssen wir erforschen und das andere? Wo ist das? Bin ich denn wieder mal blind? Und... Da. Ja, warum nicht? So. Das andere müssen wir noch erforschen. Sieht es denn eigentlich aus mit dem Forschen? Nein. Ich glaube, das ist ein Forschung. So. Wird gerade erforscht. Okay. So, jetzt macht mal hier hin mit dem Flughafen. Bau ihn schneller. Wir haben nicht so viel Zeit hier. Wir brauchen... Dieser neue Flughafen in Tropico weckt schöne Erinnerungen. Ihr müsst wissen, dass ich ein stolzes Mitglied eines gewissen Clubs bin. Und da jetzt auch hier die zivile Luftfahrt zum Alltag gehört, worauf wartet ihr noch? Los, viel Spaß hoch über der Erde. Wir können uns in der Jolly Roger austauschen, wenn ihr zurück seid. Genau. So sieht es aus. Da wird noch was gebaut. Wir brauchen mehr Touristen, Leute. Das ist etwas... schwierig gerade. Es scheint, als könnten unsere wunderbaren Strände... Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeiten immer wieder. Ja, komm, gib mir. Schweizer Bankkonto ist immer gut. Aber das... 135 von 400. Hm. Billig Hotel noch, ne? Billig Hotel ist gut. Hier hin. Das ist ziemlich knapp alles. Also, irgendwie... Oh. Ja, natürlich. Warum denn? Kameradpräsident, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine Kameraden umwächt... mal rechnen hat, sehe ich gar nicht ein. Wenn ich Geld habe, dann kaufe ich euch einfach. Ganze Holzfüllerlager schließen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Es gibt Geld und das wird wenig. Tschüss. Es war nur eine Frage der Zeit, wie sich die Sowjets in die Sache einmischen würden. Wir unterstützen niemanden, dann haben wir keinen Ärger mit jemandem. Was ist das? Kameradpräsident, ich muss gestehen... Drachenflugklub... Drachenflugklub. Da kommt mein Sprachfehler wieder. Also, manchmal denke ich echt. Ich weiß nicht. So, komm schon. Komm schon. Da hin. Okay. Komm, schnell bauen. Rettig. Hm, 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 hm. 135.000. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir am Anfang hatten, aber es wird eng, Leute. Hab ich das Gefühl. Warum arbeitet hier niemand? Alle kommen zum Arbeiten, bitte. Warum borten wir unsere Insel nicht noch... Meine Berechnungen zeigen, dass man... Ja, das hab ich. Warum borten wir unsere... Es scheint, als unterschätzte ich ihre Fähigkeit. Gib mir hier. Immer Geld aufs Scheiße kommt, da ist immer gut. So. Wir haben ausführliche Stufen. Gut, dann kann ich das jetzt auch einlassen. Erlassen. Oh. Kann man die Random irgendwie erstellen? Wäre schön. Schade. Sieht aber schon älter aus. Wie kann das denn sein? Ja, von mir aus so ist okay. Nein, nicht auswählen. Was kostet denn bei uns eigentlich der Stufenaufstieg? Ähm. Oh, 100.000 jetzt. Okay, aber jetzt haben wir 12% Hotelleffizienz. Das ist gut. Das brauchen wir ja jetzt gerade. Ähm. Ähm. 105.000. Das ist jetzt etwas ärgerlich. Das ist das Familienressort. Hier ist aber überall nämlich so schön. Doch, hier ist eigentlich schön. Ich baue es doch hier hin. Geht, wird es gebaut? Denke ja. So. Es ist jetzt gerade schwierig. Ich habe ein Handelsabkommen mit den USA vereinbart. Sie helfen uns, unsere Ölindustrie auszubauen und wir geben Ihnen günstigere Preise. Nein, will ich nicht. Ähm. Ich hoffe, YouTube macht nicht wieder Ärger wegen der Musik hier. Ich glaube, ich muss sie doch etwas leiser stellen. Irgendwie. Es ist schon so leise eigentlich, aber. YouTube meint immer, Ärger zu machen deshalb. Also, tut mir leid, Leute. Ich weiß, die Musik ist echt cool, aber. YouTube möchte es so. Okay, 171 haben wir jetzt. Fast die Hälfte. Das ist schon mal schön. Wird das gebaut jetzt? Bau schnell. Wir haben nicht die Zeit dafür. Was ist das da? Billig Hotel. Ja, dann baut mal hier. Fertig. Brauchen mehr Touristen. Da kommen wieder welche. Steht aber nicht da, wie viel. Okay. Es gehen hier auch immer wieder welche. Es kommen und gehen. Ist ja klar. Mhm. So, 199. Die Hälfte haben wir fast. Ich hoffe, wir schaffen das, Leute. Es ist etwas eng hier gerade. Ja. Und wir bauen noch was. Was bauen wir jetzt? Was hier denn da? Haben wir das überhaupt schon? 80. 79. Ist einfach nicht mehr so schön hier überall, ne? Aber wir bauen sie jetzt. Ist egal. Und auch schnell. Wir brauchen das. Wir müssen die Touristen irgendwie anlocken, dass wir diese Aufgabe hier erfüllen. Oh, und speichern. Okay. Dann müsst ihr halt mit meinem Gesang hier ein bisschen Vorlied nehmen. So, da, 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 da. Oh, man. Oh, man. Nationalpark. Kommt schon Touristen. 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 Dann. Keine Terroristen, sondern Touristen, bitte. Wäre schön. Da kommen welche. Da kommen welche. Da kommen welche. 256. Schön. Ist aber ganz schön lauter Flughafen. Ist ganz schön laut. Naja, gut. Dann würde ich an dieser Stelle erstmal Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.